und ein herzliches willkommen bei einer neuen folge inside ja wir haben jetzt hier so mein control ding auf dem kopf und können hier so ein paar menschen steuern ich habe verzweifelt versucht offline da irgendwie hoch zu kommen ich habe es nicht geschafft weil das komische container da einfach nicht hoch genug schießt deswegen müssen wir irgendwie mal schauen ob wir irgendwie eine andere lösung finden schließlich ist mir dann so eingefallen hoch das sind ja oben auch noch welche gewesen und ich könnte meine mannschaft die jetzt da unten auf mich warten mit nach oben nehmen fangt ihr mich dankeschön so na dann kommt mal fix mit so dann seid ihr alle drauf gut dann wollen wir mal eins hoch das ist geil krass die können ein sogar werfen also eine andere richtung hin also nicht nur nach oben das ist ja cool so schauen wir mal was war denn da hinten noch mal weiß ich nicht mehr schneller laufen kann ich leider nicht folgen die mir jetzt eigentlich überall hin ich weiß es ja nicht ob das ding vielleicht irgendwie eine reichweite hat ach ja guck mal da steht auch noch einer drin hallo kommt der auch noch mit ah jawoll kommt auch noch mit sehr schön oh was denn das ok ähm moment das muss ich jetzt mal probieren nein das fand ich so gut ok so also hoch und ja hat geklappt ähm hoch äh was sind ja auch nochmal welche oh tschuldigung tschuldigung ähm wie kriege ich die jetzt da moment ach da oben ist ja auch nochmal so ein ding ach warte mal ich glaube das das hat wahrscheinlich nur mit timing zu tun ähm so äh nein verdammt tut mir leid probier's gleich nochmal jetzt jetzt uah tschuldigung oh jetzt hab ich aber viele Leute ist ja cool naja solange die mir nix tun ähm ok wer viel hab ich denn jetzt hier ihr könnt's ja mal zählen und in die Kommentare schreiben 2 ähm 2 4 keine Ahnung ich kann sie nicht zählen jedenfalls äh viele ob ich noch mehr krieg so ähm jetzt könnte man noch ganz nach oben fahren auf der anderen Seite war jetzt glaube ich nichts mehr oder war da noch was ich schau mal eben ach jetzt kapier ich das jetzt weiß ich was das gedacht ist guck mal hier kommt noch mehr dazu ok wie viel haben wir denn jetzt ok ok da fehlen noch 7 ah schwierig ok 7 Leute brauche ich noch na gut dann hätte ich mal gesagt wir fahren nochmal eins hoch so ja ähm da war jetzt glaube ich nix mehr ne glaube nicht schauen wir da nochmal äh wo kriegen jetzt die anderen noch her wo waren da noch welche ach natürlich das sind ja auch nochmal welche so ach ich kann die da runter schmeißen oh Gott die armen äh tut mir leid tschüss krass da ist einfach umgefallen ach ne so wie viel waren das jetzt 3 4 ich weiß es nicht ich habe keine Ahnung wie viel das jetzt waren ok dann fahren wir mal eins wieder runter und schauen die müssten hier glaube ich sein hoff ich zumindest sieben Leute fehlen oh ne eins zwei drei drei Leute ok waren hier auch noch welche ich weiß es nicht genau ich schau hier nochmal der eine der ist ja lustig mit dem Bauarbeiterhelm ach je ok ach jetzt sind wir wieder hier ok ok aber ich glaube auf der anderen Seite war nix mehr ne schmeiß dich mal kurz hoch bitte hallo danke und hopp nee ich glaube da ist nix ne oder ist hier noch was ich schau mal nein hier ist nur noch Band ok gut jetzt fehlen uns noch vier vier Leute fehlen uns jetzt noch hm ok vier Leute herrje hm voll die Mannschaft was das eigentlich alles für Leute sind sind das irgendwelche normalen Bürger Einwohner ja müssen ja irgendwie eine Gehirnwäsche bekommen haben weiß es nicht der Typ da mit dem Bauarbeiterhelm das ist so lustig so ok also 20 Leute also vier Leute fehlen noch verdammt ich überlege jetzt gerade ach ihr bleibt da oben drauf stehen oder was huch ok ne also da kann ich nix machen ihr bleibt auf jeden Fall jetzt hier mal stehen ne hoffe ich puh ja dann bleibt jetzt hier immer noch dieses Problem mit äh seid ihr alle da gut dann wollen wir mal runter wie komme ich da am besten hin wie kann ich die denn überhaupt mitnehmen wahrscheinlich kann ich die gar nicht mitnehmen was war denn hier nochmal ach da war das ok ich glaube aber hier ist nix mehr ne ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber ich glaube ich glaube nicht dass da noch was war ne weil ich hab die von da hinten geholt nein nein ok ähm die hatte ich von unten hoch geholt ja jetzt fehlen mir nur noch die was da äh hinten in dieser komischen Konto drin sind aber wie kriege ich die denn ah man das ist äh schwierig hm das ist echt blöd ok dann packt nochmal alle mit an du auch los geht's so gut mitkommen mich bitte da hochschmeißen hopp danke so jetzt dann da runter ich muss gar nichts machen die schieben mich schon automatisch so wie kriege ich jetzt die da hinten dieses problem hatten wir in der letzten folge auch schon ich wüsste ja auch mal liebend gern wie man dieses komische ding da abnimmt aber man man ich komm nicht so hoch hey ihr da kommt mal her nein ah das gibt's nicht wie komm ich denn da hin ne das geht nicht wie soll ich denn das machen von da oben irgendwie hoch springen und nein nein aber ich bin zumindest schon mal ein bisschen höher gekommen okay okay warte nein das war nicht so gut ah ich hab's ich hab's natürlich na klar okay pass mal auf jetzt müsste es doch klappen oder da das ist ja bloß drei. Ähm. Huch. Na immerhin. Na dann kommt mal mit. Tja. Aber da fehlt mir noch einer. Schwierig. Hops. Ach das ist so lustig wie die sich bewegen. So. Dann kommt mal mit. Und runter mit euch. Hopp. Danke. Alter es reicht nicht. Mir fehlt noch einer. Komm mal mit. Mir fehlt einer. Warte mal. Ich will mal grad was gucken. Ich schau mal ob ich rechts rüber komme. Ist da auch noch was? Nein. Nein. Ach da ist nichts. Okay schade. Hätte das sein können. So. Mal fangen. Hippie. Ops. Danke. Aua. Schubst mich einfach hier. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl ich habe da irgendwie noch einen übersehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. komm ich gucke jetzt noch mal runter. Verdammt. Okay. Ich schaue jetzt trotzdem noch mal. Schau mal da. Huch. Auch nicht schlecht. Wie hoch könnt ihr mich denn eigentlich schmeißen? Ja. Nein. Und in. Und. Und. Äh. In die Richtung? Auch nicht. Auch nicht besonders weit. Ist da oben noch einer drin oder was? Weil ich habe das Gefühl. Schau mal. Da ist nämlich. Okay. Ich glaube ich gehe jetzt hier noch mal. Rüber. Aber schwimmen könnt ihr glaube ich nicht. Ich glaube es zumindest nicht. Ne. Die kommen nicht hinterher. Okay. So. Kurz Luft holen. Ja ja ja. Ist ja gut. So. Ich habe das Gefühl als hätte ich da einen übersehen. Ich weiß es nicht. Aber hier ist jetzt keiner mehr. Ne. Hier ist zu. Okay. Dann schwingen wir uns noch mal schnell darüber. Rüber. Hopp. So. Ein bisschen runter. Bei mir glaube ich fällt genau exakt einer. Um dieses Tor aufzumachen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Hopp. Ja. Hm. Tja. Okay. Dann müssen wir hier rüberspringen. Guck mal. Da oben ist nämlich. Ne. Hä? Da ist aber auch nichts. Könnte ja sein, dass es federt. Ja. Das ist echt blöd jetzt. Ihr macht da auch nichts. Ne. Ihr könnt da nichts machen. Ne. Da komme ich nicht hin. Schade. Äh. Fangt ihr mich auf? Danke. Oh Mann. Schwierig. Ich hätte gehofft, dass da oben noch einer drin ist. Hm. Okay. Dann schmeiß ich mich mal wieder hier hoch. Hallo. Ihr sollt mich hochschmeißen hier. So. Dann hole ich euch mal eben gerade wieder hoch. Habe ich denn überhaupt noch alle? Weiß es gar nicht. Müssten eigentlich alle sein. So. Alle ruf. Und hoch mit euch. Na. Jetzt schauen wir mal. Aber ich habe jetzt keine mehr gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich da noch irgendeinen übersehen hätte. Es müssten doch alle sein. Also gut. Dann kommt mal da drauf. Na du auch bitte. Hallo. Einer. Verdammt. Juhu. Es fehlt mir einer. Es fehlt mir einer. Und ich weiß nicht wo der ist. Verzweiflung. Wo ist denn der Typ? Wo ist denn der? Ist da einer gestorben bei dem Sturz? Ich glaube es aber nicht. Verdammt. Da ist auch keiner mehr. Hier war auch keiner mehr, ne? Nein. Ich bin ratlos. Ich bin wirklich ratlos. Ich weiß es echt nicht mehr. Komm Leute. Wir müssen auch ein bisschen Gruppen kuscheln. Ja. Ja. Okay. Gut. Ich schaue in der nächsten Folge. Und ähm. Ja. Oder ich suche mal vielleicht offline. Ob ich vielleicht noch irgendwo einen finde. Aber es ist ein bisschen ne. Na gut. Danke fürs Zuschauen. Und äh. Ja. Ich bin raus. Tschö. 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 Tschö.